Und la! Na, holst du dir das Auto zurück, Lisa? Oder Elisa schießt es zurück? Lass mal, Elisa will den uns zurückschicken. Na komm her, die Elisa lässt das Auto fahren, oder? Ne Elisa, du musst dir zeigen, dass du aufdrücken musst. Richtig drücken. Genau. Oh, verdammte Lage! Ami! Ist Ami gefährlich? Ich weiß, es ist nicht gefährlich, Lisa. Da! Mach mal nochmal auf in die Zähne. Weil es ist auch verwischt, ja? Weil es ist auch verwischt, voilà. Also, nochmal. Ja, jetzt ist es nicht gefährlich. Jetzt kann ich, halt! Jetzt kann ich, halt! Jetzt kann ich, halt! Ich seh' ich gar nicht, seh' ich gar nicht. Ich seh' ich gar nicht. Wo sie springt, ist es die richtige Richtung? Bisschen zu mir noch, nach wie höher? Verkehrt! So, so, ja! Ich möchte gar nicht, dass du mir die Augen zuhältst! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja!